Heute Morgen dachte ich mir, was ist das für ein komisches Geräusch? Ist jemand an der Haustür oder ist jemand am Fenster? Es hörte sich so klopfend an und was war's? Es waren Regentropfen, die an mein Fenster klopften. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Der Westen und damit auch wir hier in Rheinhessen waren mal im Wetterglück. Es gab tatsächlich über Nacht Regenschauer und teilweise auch Gewitter. Gab es bei euch auch etwas Regen? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar unter diesem Wettervideo. Bitte auch mit dem Ort, damit wir alle wissen, wo es den Regen gegeben hat. Wir schauen hier auch mal rein bis in den September. Und im September, da gibt es auch eine interessante Wandlung beim Wettermodell NOAH. Das sah ja zunächst sehr trocken aus für diesen Monat, aber da hat sich jetzt einiges getan. Und das gucken wir uns gleich in diesem Video an. Zunächst auch mal einen Blick in die Kommentare bei uns unter den Wettervideos. Da habe ich gestern Mittag folgenden Kommentar gelesen und den musste ich heute nochmal aufgreifen. Herr Jung ist der größte Wetterexperte, den ich kenne. Da dachte ich ja noch, das hört sich aber gut an. Aber dann ging es weiter. Hat vor Überflutungen im Osten gewarnt und Null Liter kamen. Respekt. Da war es dann nicht mehr so schön. Naja gut, wir haben einfach darüber gesprochen. Es gibt eine Schauer- und Gewitterlage und bei Schauern und Gewittern wird es nicht jeden treffen. Und zu sagen, im Osten kamen Null Liter runter, entspricht auch nicht ganz der Realität. Das hier sind mal die Regensummen, die gefallen sind. Von Donnerstagmorgen 8 Uhr bis Freitagmorgen 8 Uhr bis gesternmorgen 8 Uhr. Also kurz vor dem Schreiben dieses Kommentars. Ja und wir sehen dann doch schon weit verbreitet im Osten gab es Regen. Rund um Berlin beispielsweise 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch rauf an die Ostseeküste zum Teil 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Ich denke mal, der Verfasser des Kommentars saß irgendwo hier in diesem Bereich. Da gab es Wetterstationen tatsächlich mit Null Liter Regen pro Quadratmeter. Aber wir sagen es ja immer wieder, bei so einem Gewittertief kann man einfach im Vorfeld nicht genau bestimmen, wer alles was abbekommt. Wir haben gesagt, im Osten kann es Schauer und Gewitter geben. Und ich würde mal sagen, es gab Schauer und Gewitter, zum Teil recht üppige Regenmengen. Es hat aber eben nicht jeden erwischt und das ist nun mal so bei so einer Schauer- und Gewitterlage. Gerade im Sommer treten die ja zuhauf auf. Wie geht es nun weiter am heutigen Samstag? Wir schauen auf die Wetterkarte und da kommt diese Wetterfront, die Kaltfront weiter voran in den Südosten des Landes. Es wird etwas angenehmer sein von den Temperaturen her. Im Westen wird es auch schon wieder freundlicher im Tageslauf. Da kommt die Sonne raus und die Höchstwerte erreichen so um die 26 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet auch 29 bis 30 Grad. Anfangs gibt es heute früh noch hier ein bisschen was an Regen, aber der Regen zieht rasch weiter. Im Osten dagegen und im Südosten bleibt es heute noch längere Zeit stark bewölkt. Immer wieder gibt es Regengüsse, längere Zeit Regen. Hier ist es auch kühler mit 21 bis maximal 23 oder 24 Grad. Bei Dauerregen auch noch etwas darunter. Wir schauen mal auf die kommende Nacht zum Sonntag. Die ist dann fast schon überall wieder trocken. Einzige Ausnahme Richtung Berlin und Brandenburg. Da kann es hier und da noch etwas Regen geben, aber dahinter lockern die Wolken auf und die Temperaturen gehen auf 15 bis 13 Grad zurück. Und dann kommt das nächste Sommer hoch am Sonntag. Ein Mix aus Sonne und Wolken, wobei es im Norden mehr Wolken gibt als im Süden. Die Temperaturen erreichen so 24 bis 30 Grad. Am Oberrhein sind stellenweise auch bis zu 31 Grad möglich. Nächste Woche dann viel Sonnenschein, aber immer wieder auch mal ein paar dichtere Wolkenfelder. Vor allem nach Norden hin hat es die Sonne immer wieder recht schwer. Vielleicht ist hier und da auch mal ein Schauer mit dabei. Die Temperaturen am Montag 24 bis 30 Grad. Am Dienstag 25 bis 30 Grad. Und der Mittwoch bringt dann Höchstwerte um 26 bis 32 Grad. Das Ganze bei recht viel Sonnenschein. Noch kurz der Blick in die zweite Wochenhälfte hinein. Das ist momentan nur als Trend, als grober Trend anzusehen. Am Donnerstag noch ein bisschen heißer, 27 bis 34 Grad. Der Freitag 28 bis 34 Grad. Und der Samstag bringt uns dann teilweise erste Schauer und Gewitter. Vielleicht auch eine Abkühlung hier im Nordwesten. Ansonsten hier im Südwesten noch bis zu 35 Grad. Aber danach wird es wahrscheinlich wieder ein klein wenig wechselhafter werden. Dazu schauen wir uns gleich mal die Ensemble-Prognose an vom europäischen Wettermodell. Aber erst noch mal der heutige Tag im Überblick. Das Wetter am heutigen Samstagmorgen. Wir sehen hier dieses Schauer- und Gewitterband einmal quer über Deutschland liegen. Das brachte heute Nacht schon im Westen, im äußersten Westen. Diese Niederschläge, über die wir uns ja sehr freuen im Westen. Da ist ja auch sehr trocken gewesen. Ja und das Regenband zieht nun langsam weiter. Wir schauen mal, wie viel Regen da fallen wird. Das hier sind die Regensummen vom heutigen Samstagmorgen. Ungefähr von 5 bis 8 Uhr. Und wir sehen hier vor allen Dingen in Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, teilweise auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Da fallen schon so 2 bis 5, teilweise auch 8 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch im Osten gibt es noch Regen. Das Ganze zieht dann langsam weiter im Bereich 8 bis 11 Uhr in die Landesmitte hinein. Voll nach Hessen, teilweise nach Nordbayern in den Süden von Baden-Württemberg. Und ganz langsam bis zum Mittag und Nachmittag schiebt sich das Ganze dann in den Norden von Bayern rein. Zum Teil hier durchaus mal Potenzial für etwas stärkere Regenfälle, bedingt durch einzelne Gewitterschauer. Da kann es also richtig nass werden. Und auch im Süden des Landes kommen immer wieder in diesem Zeitraum 11 bis 14 Uhr einige Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Also es wird heute stellenweise doch ein recht nasser Samstag sein, zumindest in der ersten Tageshälfte und dann weiter zum Nachmittag hin. Da wird es dann freundlich hier im gesamten Norden und im Westen sein. Da lockern die Wolken auf und die Sonne kommt dann wieder voll zum Zug nach Osten hin dagegen. Viele Wolken, teilweise noch weiter Regen, auch hier Richtung Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Überall dort kann es mal etwas Regen geben. Hier und da auch mal etwas mehr mit 5 bis 8 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Zeitraum 14 bis 17 Uhr. Ich hoffe, ihr konntet alles gut erkennen auf dieser Wetterkarte. Ich habe ja gelesen in den Kommentaren, ab und zu waren die Grenzen der Bundesländer schlecht zu sehen. Aber ich hoffe mal, ihr könnt es jetzt ein bisschen besser sehen und die Karte ist gut zu lesen. Ja, wie geht es weiter? Dazu schauen wir auf die Ensemble-Prognose und zwar vom europäischen Wettermodell bis zum 3. September. Und da sieht es relativ entspannt aus. Die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe steigt noch mal leicht an Richtung 15 Grad Marke, bleibt auf einem recht hohen Niveau, beginnt dann aber ganz langsam zu sinken. Man könnte glauben, es geht so langsam Richtung Spätsommer. Das deutet sich wahrscheinlich auch hier in diesem Verlauf an. Beim Niederschlag zunächst recht wenig Regen. Bei den Europäern in diesem Bereich bleibt es länger Zeit trocken nächste Woche. Aber dann zum Monatswechsel, da kommen vermehrt Niederschlagssignale mit ins Spiel. Vielleicht sieht es da noch ein bisschen nasser aus, als es zunächst bei anderen Modellen die Aussicht hatte. Wir schauen nach Westdeutschland bis zum 3. September. Auch da relativ ähnlich das Ganze. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe um 10 bis 15 Grad. Auch hier geht das Ganze langsam etwas zurück Richtung September. Und die Regensignale nehmen erfreulicherweise auch im Westen nach der Prognose der Europäer langsam aber sicher wieder zu. Wir blicken nach Ostdeutschland auch hier bis zum 3. September. Die relativ gleiche Entwicklung. Die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe steigt erst mal nächste Woche etwas an. Geht dann aber ganz langsam in den Sinkflug über. Und dann geht es runter Richtung 7 oder 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Und auch hier sehen wir zunächst einige Tage am Stück. Da ist kaum Regen zu erwarten. Das hier war noch der Regen von gestern. Aber dann sehen wir neue Signale zum Monatswechsel. Die machen auch dort Hoffnung auf vermehrte Niederschläge. Noch der Blick nach Süddeutschland. Hier auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Zunächst knapp über 20 Grad. Dann Temperaturanstieg auf 28, 29 Grad. Und dann gilt auch hier ganz langsam sinkt das Temperaturmittel ab bis Anfang September auf Werte um 20 bis 23 oder 24 Grad. Und auch im Süden des Landes gibt es nach einer kurzen trockenen Phase, obwohl die sind ein bisschen länger, 21 bis 25. Da gibt es dann wieder vermehrt Niederschlagssignale. Auch hier sagen die Europäer, zum Monatswechsel sieht es durchaus aus nach Potenzial für etwas mehr Regen. Das ist doch wirklich erfreulich, wenn es denn so kommt am Ende. Da ist ja immer noch ein kleines Fragezeichen dahinter, weil es noch so weit in die Zukunft ist. Wir schauen in die Landesmitte hinein. Auch hier das Ganze relativ ähnlich. Temperaturen so um die 10 bis 15 Grad in der kommenden Woche. Und dann auch hier ein ganz langsamer Abwärtstrend vom Mittel aller Temperaturen bis zum 3. September. Aber dafür vermehrt Regensignale. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass wir relativ feucht vielleicht in den September starten könnten. So zumindest der aktuelle Trend vom europäischen Wettermodell. Und was sagt NOAH? NOAH sagt ja zeitweise einen normalen bis zu trockenen September vorher. Das hat sich so ein klein wenig gewandelt. Um Deutschland herum gibt es vermehrt die Farbe Grün. Und das heißt, der September könnte etwas zu nass ausfallen. Vor allen Dingen hier im Osten teilweise, aber auch in der Landesmitte und im Norden gibt es mehr Potenzial für Niederschläge. So leicht kippt also NOAH in Richtung etwas zu nasser September. Das ist zumindest schon mal ein guter Trend. Denn wir brauchen ordentlich viele Regeln, um diesen trockenen Sommer zumindest ein klein wenig ausgleichen zu können. Und was sagen die Europäer insgesamt für den September 2022? Naja, die haben gesagt, der Monat wird eher leicht zu trocken ausfallen in weiten Landesteilen. Allerdings ist diese Prognose erstellt worden Anfang August. Da gab es noch kein neues durchgreifendes Update. Das kommt erst bald wieder raus. Da sind wir mal gespannt, ob vielleicht auch die Europäer sagen, insgesamt haben wir Chancen auf einen etwas nasseren September. Das würde uns doch allen gut tun. Aber vor allen Dingen der Natur und der Landwirtschaft. Denn die hatten eine sehr, sehr lange trockene und dürre Phase gehabt. Das war es vom Wetter. Einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Tschüss, bis bald.